Hallo und herzlich willkommen bei Virtusius und einer neuen Folge So Universum, dank dass ihr wieder eingeschaltet habt Hier ist es, was ich meinte, der dumme Angriff Aber durch die Wachtürme wird der eigentlich Ich brauche meinen Wachtturm, ich brauche meinen Wachtturm Ich habe nichts mehr hier So, der macht mich in mir jetzt alles kaputt So, ich den jetzt pepurisiere Haust du ab? Der tötet meine Leutchen hier Schweinepriester Das ist immer noch irgendwo Einer Wer wirft denn hier? Ich muss auf jeden Fall den hier aufbauen erstmal Da kommt dann auch das Update Ja genau, bringen den mal richtig schön weiter Den könnte ich natürlich auch Auf die dumme Idee bin ich natürlich gar nicht gekommen Den hochzuheben Gucken wir gleich mal, ob wir was hinkriegen Wenn wir die Punkte haben Dummes Schwein Oh nein, da hat sich schon wieder ein Exildorf gebildet Dann müssen wir die Punkte mal abwarten hier Das tut das wohl ganz Ich guck mir hacktet Wer bist du denn? Dazwischen den Bäumen oder was? Er ist ja nicht da Ich muss die Punkte abwarten Dann muss er eh unter dem Baum vorkommen Dann muss ich mich gleich kaputt hier mein Wirtshaus In irgendeiner Weise sehe Da Komm, ein Punkt noch Komm schon, gib Gas Ich brauche nur einen Punkt Ich hoffe, ich habe es schien Wer ist er? Schweinepriester Tschüss So Haben wir überlebt Okay, jetzt heißt es leider wirklich Doch nochmal einiges hier raus zu hauen Sägewerk Jetzt geht es um die Verbesserung Ihr seht, da ist schon einiges hell Steinbruch Womit fangen wir an Verbessern Verbessern Jetzt können wir sie alle anklicken Verbessern Damanbrunnen Verbessern Vor allem jetzt ist noch der Standard Also Die gehen unabhängig voneinander Der eine braucht veredeltes Material Der andere nicht So, da Häkchen weg Hier oben müsste es noch ein Häkchen geben Wer steht wieder So, ich denke, wir haben alle Häkchen weg Okay Brunnenwasserkapazität So, machen wir erstmal die Seite so ein bisschen durch Bevor wir uns noch weiterentwickeln, oder? Mehr Holungen haben wir ja So 10, 10, Wachtürme 4 Steinreferien, Holz Entschuldigung Da ist eine Schule Hier habe ich schon mal hingesetzt Gibt hoffentlich auch nochmal Pluspunkte, oder? Naja, 10 sogar Baut er hier nochmal ein Haus hin Naja, ich habe jetzt leider nichts mehr zum Verjüngen da Die Frage ist, ob ich nicht noch eine Krankenstation hier hinten hinsetzen möchte Ganzhaft Und schon gewaltig dichter hoch Hol dich eigentlich gar nicht Hier so rein Ja, zack Sind wieder viele Baustellen, die bewältigt werden Müssen hier mal Frühgas geben Und jetzt mal wieder Punkte aufbauen 25 habe ich nur noch Wie sieht der aktuelle Stand aus? Ja, eher unzufrieden Zufriedenheit minus 5 Nahrung muss man auch echt aufpassen hier Der Wasser schon wieder Ah, da kommen wir ja gleich, vielleicht gleich zu Vielleicht gleich, gleich zu Hier finde ich noch ein bisschen Stein Zack So, der steht schon Jetzt geht auch meine Stimme auch langsam flüten No need for training No need for training, just send them right in Ne, hier ist auch noch nichts fertig Der ist aber durch So Ja, perfekt Wasserreservoir Kommt Der erste Das ist Autosave So Naja, hier geben wir halt gerade Frühgas, ne Uh, guck mal hier Scheiße Priorität setzen Die bauen sich bis hier hoch Oh, Alter, hätte ich das mal gewusst, ne Wie willst Okay, den habe ich Oh, shit Geh bloß weg Geh bloß weg Und komm dir über das Wasser Flüssig auf Flüssig auf Zieh ab Nein Boah, volle Lotte drüber What? Hier steht noch alles Boah, hab ich ein Schwein Der, die Ecke ist soweit durch Na, der baut die Dinger fertig Ah, guck mal, der steht auch Sehr gut Damit ist der auch gleich nur durch Vielleicht mehr, aber es reicht nicht, glaube ich Muss man zwischendurch auch echt aufpassen Ja, 120 Nehmen wir hier noch einen alten Ja, der Ist aber auch fast fertig Und der auch Wegt noch ein bisschen Holz Okay Immer noch nicht, wo Ah, denn das mit den Reservoirs Brunnen Geschwindigkeit Den haben wir ja auch Geologie Abgeholt Wasserpumpen Da ist es doch Ein wichtiger Aspekt Ja, bestimmt wieder nur wieder eine Hütte Na, guck mal Zufriedenheit steigt Sobald der Arzt fertig ist Sollte es auch noch höher gehen Okay Sobald, sag ich mal Die auch abgedatet sind Könnte man vielleicht Noch mal eine neue Farm besorgen So Neue Steine haben wir Holz ist jetzt noch ein bisschen Was hinterher hängt Ja, es kommt hier oben Hoffentlich auch bald zu tragen Oh, ist alles weg Da kommt ein Stein drauf Wahrscheinlich noch die Reste Ach, guck mal hier Oh, jetzt kommen die beiden auch Ganz flott 27 Ja, passiert mal ein bisschen spaßmäßig Wir hatten gar keinen Spaß Da ist die Anzeige leider weg Wer habe ich denn denn Da ist gerade ein Update schon wieder aufgetaucht Spaß, Spaß, Spaß Hunger, Essen, Energie So, jetzt bist du auf jeden Fall zufrieden Ah, die Brunnen gehen in die nächste Runde direkt So Jetzt kommt erstmal ein großer Update dran Na, fehlt ganz normal Stein über Er kommt von alleine Das kriegen wir hin Oder Jungs und Mädels Egal, hier der nächste Brunnen Das ist noch das Krankenhaus Wollen wir mal ein bisschen Hilflich sein hier Keinen Stein zum Weg nehmen So 28 Ich weiß noch nicht genau Was ist das jetzt für eine Nachricht Na, der Brunnen ist auch gleich durch Sehr schön Läuft doch alles Wasser Noch im Plus Minimal Keine Angst Hier habt ihr gleich wieder die Möglichkeit zu trinken Wenn ihr baut Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Punkte wieder hochgezogen Wie gesagt, ihr habt es gesehen Die Wachtürme sind mittlerweile echt notwendig Ohne die geht nichts mehr Hier will auch keiner arbeiten an dem Ding, ne? Krankenhaus ist doch unwichtig Verweckt dort So Komm, machen wir Krankenhaus erstmal fertig Ach, auf einmal Abdecken kann ich nicht, ne? Ne, schade Irgendwas ist schon wieder passiert So, okay Das sollte quasi der letzte Brunnen, glaube ich, gewesen sein Ne, da fehlt noch einer Ah, guck mal an Der wird auch schon fertig Wie schnell geht's ja nicht Winter ist auf alle Fälle gekommen Ja, hoffentlich reichen die Reservoirs Für danach auf alle Fälle Alle hier direkt Verbessern So Und dann geht's hier weiter Bunker hätten wir am Angebot Botanik Krankenhauserheilgeschwindigkeit erhöht Vorbereitung in die Züge Krankenhausupgrade So Machen wir so Na, guck mal Cashin Haben wir, haben wir, haben wir Haben wir, haben wir, haben wir Hier keine Flagge Keine Flag Zu sehen Krankenhaus steht auch Hier noch So diese Knotenpunkte Jetzt schon wieder nicht mehr zufrieden Steigende Angst Wovor? Fischer, Pier, Wirtshaus 5 Krankenhaus, Friedhof, Jagd, Hotel Farm, Wackertum, Kosmetik, Friseur, Steinrafenerie, Massage, Holzrafenerie Schon wieder einer durch Ja, hier Korrekt Also ich überlege grundsätzlich eine zweite Schule Und noch eine Farm Ich würde, glaube ich, hier nochmal eine Schule entpflanzen Die Eisenmine brauche ich gerade noch nicht Würde ich meinen Schule Na, guck mal, der ist auch schon durch Meine Güte, geht aber jetzt flott Jetzt war hier der Ansatz eigentlich die Farmreihe zu machen Zumindest der ganze Bereich, wie groß die wird später Der Friedhof ist vollgelegt Der Friedhof hat ein bisschen weniger zu tun Und da geht's Und wo hat Wo ist der dumme Wolf Wo ist er in Geratsch Alter Verwalter Da ist er Es tut mir leid, meine Lieben Gut ausgemerzt hat er hier Eins, zwei, drei Vier, fünf Hier, Massengrab Ach nee, der steht da nur so ganz doof Nee, es sind zwei Tote, ne Es tut mir leid Wart auch immer So Wird eng, glaube ich Leer, 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 leer Kommt noch, kommt noch Wird echt eng Ihr schafft hat, Freunde Ich hab hier genug zum Abholzen Kommt ja noch der Wald dazu Da der Steinbuch Jo, Folge ist eh um Ich sag danke fürs Zusehen Ich hoffe, euch hat's gefallen Wenn ja, ruhig runter in die Kommentare Like, teilen, abonnieren Nicht vergessen Ihr habt mal so einen Angriff gesehen Das ist auf jeden Fall das erste Mal so Das gab's vorher noch nicht Und Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss